Mein Name ist Carsten Klugermann. Ich bin Finanzmanager im Private Banking der Bremischen Volksbank. Ich betreue einmal die Privatkunden, aber natürlich auch die Unternehmen. Die Bremische Volksbank ist erstmal ein regional verankertes Institut. Wir haben aber auch zum Beispiel eine außergewöhnliche Mitgliederstruktur. Das haben die anderen Banken so weit nicht. Das heißt, Kunden können bei uns Mitglieder werden. Als Mitglied der Bremischen Volksbank bekommen sie Einblick in das, was die Bank tut. Das hat man so nicht bei anderen Banken. Man merkt, wie der Vorstand agiert, wie nachhaltig er anliegt. Jedes Mitglied hat das gleiche Stimmrecht, egal ob sie einen Anteil haben oder beispielsweise 15, 20, 50 Anteile. Da haben wir schon aus meiner Sicht kleine Wettbewerbsvorteile, die Privatbanken verschwinden. Die anderen stellen sich neu auf, strukturieren um und fahren zurück. Wir fahren hoch, gucken nach vorne und beschäftigen uns ganz wenig mit uns selber.